so leute teil zwei weil wollt ihr mit dran oder nicht ich mache ich mache jetzt mal einen zweiten teil ich hab jetzt die stimme mit drauf guck mal hier ist alles voll macht das noch sauber da brauchst du einen lappen oder so ein zeber so leute das ist der zweite teil jetzt ich muss das von hier machen weil ich habe von meinen einen fenster keine sicht darüber ich habe die kamera laufen da wollen sich auch noch andere leute hinsetzen weißt du erst den pilz ja das macht das ordentlich ja den lappen auch ja mann 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 ja leute ich hab gerade wieder einen fetten blitz verpasst schau mal wie du es da ist da jetzt mit andreas darunter keine sorge ich nehme dich nicht mit ins video wo war der darüber da und ich doch wieder darunter film ja 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 Der war erst einmal da, der war da. Ich hab ihn gesehen. War das ein Erdblitz? Ich hab doch keine Ahnung. Ich kenn mich da nicht aus. Es tut mir leid, ich werde deine Stimme jetzt mit drin haben. Dich selber nicht, aber deine Stimme. Der war da. Ich filme die ganze Zeit in die falsche Richtung. Ich muss dich vielleicht woanders hinsetzen, näher ran. Da war noch einer. Der war da, ne? Ne, der war auch da. Da runter? Danke. Dann wird das jetzt das Hauptsystem sein, was kommt. Und schon geht es wieder los. Wo war der? Du musst da hingucken. Wenn du immer bei deinem Handy guckst, dann siehst du keine Blitze. Ja, ich muss die auch mit drauf auf der Kamera sehen können. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ja. Den hab ich drauf. Super. Der war da, ne? Ja, dann hab ich den drauf. Ja. Ja, wir sind jetzt genau bei uns. Ja. Ich hab gerne Regen. Da hat sich das Cabin abgedunkelt. Da hat sich das Cabin abgedunkelt. Ja. Ja. Es wird jetzt dunster. Leute, hier wird gerade richtig finster. Alter, wird das finster jetzt. Da? Hast du den drauf gehabt? Nein. Okay. Wo war der? Ja. Der nächste ist dann gleich wieder da. Deswegen wundere dich nicht, weil ich dich doch mal mit drauf hab, weil ich die Kamera so ein bisschen bewegen muss. Na? Der Porypot ist in seinem Element. Ja. Der sieht aber die Witze nicht. Ja. Ich genieße das. Wetter. Die sind genau dort, wenn ich da gerade nicht hinfilme. Da hast du doch das Auto angebot. Wetter. Ich bin einverstanden mit dem Wetter. Du hast auch so weit nach dem Wetter. Ja, ich auch. Guck dir das auch immer gerne an. Ja. Ja, aber jetzt wird's richtig dunster. Oder so vom Alz draußen. Genau. Hier. Ja. Aber nicht ganz draußen. Das wird jetzt richtig dunster. Wow. Ja. Den habe ich so ganz leicht drauf gehabt. Der war da. Oh, Mann. Ich muss gleich noch einen dritten Teil machen. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Der war so geil jetzt. Wuhu. 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 Wo sind wir? Der blaue Punkt. Hallo. Wir haben hier viel Spaß. Komm zu uns. Ja, ciao. Oh, Mann. 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 Ich habe gerne. Oh, Mann. Oh, Mann. Laute. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Warum? Wiem. Wir sehen jetzt bei 58 Spitze pro Minute, Alter, es wird ja jetzt richtig dunkel. Es wird ja jetzt richtig übel. Das Gewitter ist jetzt so gut wie da, ihr Lieben. Du sollst dich drauf haben. Alter, geht das jetzt ab hier? Oh mein Gott. Nein. Das ist ein bisschen nass. Das war dein Dach heute. Ich habe den Dach. Den habe ich drauf. Wie alle. Alter! Alter! Boah! Oh mein Gott! Alter! So Leute, und dein... Boah, alter Schwede! Boah, Mann, du Mann! Geht das jetzt ab hier? Ich... Ich sehe es gleich noch kommen, dass es hier irgendwo ein Blitz in den Boden haut. Also jetzt sehst du Unwettergefahr. Höchste Unwettergefahr. Hier, da flach's so wie möglich. Drei viele Leute, oder die Stadion und die Schubserie, da muss man mit dem diensten, und die Schubserie, die Stadion und zu der Schubserie, der durch den Wettergefahr erinnert hat. Die Stadion und die Flaserie... Aber die Stadion und die Flaserie... Ab jetzt muss man auch mit möglichen Tornados rechnen. Tornados können jetzt hier eingelagert sein. Ich bin gerade auf dem Balkon, weil es kein Licht ist. Es wird aber schon wieder heller. Hier guckt es wieder gut da. Voll am Regen. Ja, aber völlig hoher. Glitte, Donner. Und ein YouTuber in seinem Element. Nein. Guck, dass du nicht wieder fernfühlen hast. Nein. Alles klar. Ich gucke gleich nochmal drauf und werde das dann eventuell rausschneiden. Okay. Okay. Ja, tschau. Ja. Ich mach da mal ein Messer, du. Wenn man so ein Wappener sitzt, kann man es kriegen. So, ich guck nochmal hier auf die Blitzortung. Die Jugendgästen laufen über. Aber die haben Überläufe. Es sprudelt so das Wasser raus. Zum einen da und zum anderen da. Ich hab das glaube ich schon wieder aufgehört. Im Sauerland ist es ein bisschen am Fisseln, aber auch am Gewitter. Okay. Ich kann mir was tun. Ja, vorhin hast du mal bei denen ein bisschen mehr geredet. Und da kommt aber noch was nachgezogen. Da kommt noch ein drittes Gewitter. Das war doch schon mal sehr schön. Oh ja. Ja Leute, somit ist auch der zweite Teil beendet, weil es scheint so gut wie durch zu sein. Na gut. Bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen. chess 하고. Abson um phone call,